Aber weg, diese Sau. Ja, gehen wir mal hier weiter. Ein Comic? Jawohl, plötzlich gelohnt. Überall gibt es immer ein Spiel, wo man mit sammeln muss. Lego. LOL. Alter. Bleibt ja mal so. Schön. Kamera? Nicht gut. Das geht ja wohl besser. Am Arsch. Oh shit. Fuck. Das sind die. Alter. Da hin wollte ich. Alter, dieses Sniper. Fuck. Da. Der liegt aber immer noch. Der darf nicht wehlen. Mit der Glatze. Diese. Das ist mies. Ich habe den Facken. Lass mal wieder heilen. Klaze Klaze Klaine sp- Alter. Hier tötet mich gar keiner, ja? Damit das schon mal klar ist. Bam ey, doppelte Beinschiebe. Du Wichse. Doch besser. Ich dachte, ich wäre erledigt. Reinzukommen war viel leichter als wieder raus. Sieht aus, als würden alle ausbrechen. Toll. Darum kümmere ich mich später. Na los, Doc. Wohin gehen wir jetzt? Ich hätte zwar echt gern mal ne Pause, aber wir müssen zu meinem Apartment. So ein Korps. Natürlich. Schnall sie sich an, Connors. Kapitel 2 Flucht unmöglich Nach der großen Flucht bringt Tja, Spider-Man Connors in seinen Apartment um ein Heilmittel herzustellen, das alle Infizierten rein können. Espy im Ernst, Spider-Man? Was zum Teufel? Ah. Das sind New York City, die da nennen. Heiß in der Nacht. Wow. Ich hätte nie gedacht Manhattan mal so zu sehen. Schöne Stadt, was? Eine Stadt, die ich fast zerstört hätte. Alles Vergangenheit, Connors. Jetzt ist die Zukunft wichtig. Oder erstmal die Gegenwart. Gehen wir in meine Wohnung. Auf geht's in Peters Wohnung. Was ist das einfach? So krass. Gehelfen. So geht jetzt nichts hier rein. Rein? Ach, einfach hier. Okay. So, das haben wir ja schon. Ich musste mal hier mal trinken. Go, go. Tür-zu-Tür-Service. Ist nicht viel, aber ein ruhiger Ort zum Arbeiten, während Sie das Gegenmittel entwickeln. Wohnst du hier? Machen Sie Witze? Ich könnte mir hier nicht mal den Schrank leisten. Ich hüte nur das Haus über den Sommer. Es gehört Stan, einem alten Freund meiner Tante May. Also, ich weiß ja nicht. Die andere Option ist die Rückkehr ins Echsenlabor. In der Kanalisation. Das hier reicht. Wo sollen wir das Labor aufbauen? Hier drüben. Ich schätze, wir besorgen erstmal die Ausrüstung für die Arbeit am Gegenmittel. Da ist der Computer. Etwas alt, aber er läuft. Ein paar Bücher als Referenz da drüben. Da ist auch eine Kopie von Spleis des Lebens bei. Und der Fernseher. Schätze, wir sollten sehen, ob wir es in die Nachrichten geschafft haben. ...waren heute schockiert, als Kurt Connors, die Echse persönlich, aus der Beloit Nervenheilanstalt flog. Hilfe bekam er vom selbsternannten Ordnungshüter Spider-Man. Es gibt kein klares Motiv für den Ausbruch. Die Polizei hat eine stadtweite Suche nach diesen extrem gefährlichen Flüchtigen gestartet. Ach. Anscheinend schon. Fantastisch. Jetzt halten sie dich für den Schuldenbieter. Das ist alles meine Schuld. Doc. Wenn wir beide ein Heilmittel entwickeln, werden wir Helden sein. Ich rufe Gwen an und schau mal, was los ist. Warte. Wirst du es ihr sagen? Das ist nicht. Das muss ich. Noch ein weiterer Grund für das Gegenmittel, was? Also, was brauchen wir, um ihr Labor einzurichten? Zunächst mal meine Forschungsergebnisse. Die Daten sind auf einem Tablet mit einem Ouroboros-Zeichen gespeichert. Es wird nicht leicht zu finden sein. Kein Problem. Ich bin schon bei Oscorp reingekommen. Ich schaffe es wieder. Peter, sei vorsichtig. Wenn Oscorp meine Arbeit heimlich fortgesetzt hat, wissen wir nicht, was uns erwartet. Das ist nicht dasselbe Serum, das mich verändert hat. Es ist jetzt ein Virus. Das habe ich gehört. So, bereit Gott zu spielen? Du erinnerst mich an ihn. Deinen Vater. Das ist Gwen. Pete. Gwen. Schön, dass es dir gut geht. Hör zu. Ich bin gerade bei Connors. Ich weiß, Peter. Alle wissen es. Du hast ihn aus dem Gefängnis befreit. Es ist eine Psychiatrie. Bist du verrückt geworden? Du weißt, was Connors dieser Stadt angetan hat. Er hat dieses Problem erst erschaffen. Und er kann ein Gegenmittel entwickeln. Das ist nicht die Echse. Das ist Dr. Connors. Kann er meinen Vater zurückbringen? Gwen. Ich vertraue dir, Peter. Aber ich kann ihm nicht vertrauen. Es tut mir leid. Ich hatte keine Wahl, aber er ist der Schlüssel dir zu helfen. Und ich möchte, dass du seine Forschung für mich findest. Ich kann nicht. Dr. Smythe hat sie in die Oscorp Archive geschickt. Halt nur noch ein bisschen durch. Ich bin unterwegs. Beall dich, Pete. Ich weiß, dass wir unter Quarantäne stehen, aber wir sind wie Gefangene. Smythe sagt, er arbeitet an einer Lösung. Ich hole dich da raus, Gwen. Das hoffe ich. Gwen hat viel mitgemacht. Ich habe ihren Vater ermordet, Peter. Sie haben niemanden getötet. Es war die Echse. Ich möchte dir glauben. Wir müssen Gwen überzeugen. Go. Go. Neues Upgrade. Wow. 519. Das ist wirklich schon. Fug. Machen wir mal den Netzhüpfer. Ja. Tina, mach mal nix. Ne. Mit schwarzen Anzug können wir auch noch. Geil. Boah. Fett. Können wir mit dem machen? Ich muss das Gegenmittel verbessern. Achso. Achso. Hier kann ich die Musik auswählen. Uh. Na gut. Jetzt war statt. Peter. Peter, warte. Was sind das für Dinger? Ach ja. An denen habe ich gearbeitet, bevor das Ganze losging. Ich nenne sie Spinnensender. Kurz gesagt, wenn ich die an eine Polizei Antenne stecke, sollte ich hören können, was sie sagen. Sollte? Tja, ich hatte noch keine Zeit zum Ausprobieren, aber besser spät als nie. Ich mache auf dem Weg zu den Oscorp Archiven einen Abstecher. Oh ja, in unserem schönen schwarzen Anzug. Kapitel 3. Der Schatten ist früher im Übel. Gwen und die Wissenschaftler stehen noch unter Quarantäne. Sie kämpfen gegen die Mutation durch das Atemkreuz des Virus. Mit Gwens Hilfe erfährt Spider-Man, dass Connors Forschungsdaten im Archiv von Oscorp gelagert werden, aber nicht mehr lange. Wir haben die Mutation-Auswärts gefunden, aber deshalb werden wir an die Mutation-Auswärts rausgegangen wollen,